Hallo, mein Name ist Jens Rabe. Ich darf dich ganz herzlich auf meinem Kanal Börse Investment Trading begrüßen. Kennst du auch diesen Spruch? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genauso ging es mir, als ich vor über 20 Jahren meine ersten Schritte an der Börse getan habe. Ein paar Zufallstreffer, ein paar D-Mark Gewinn später und schon hatte mich die Börse in ihren Bann gezogen. Ich könnte dir jetzt erzählen, dass ich von Beginn ein toller, erfolgreicher Trader war. Aber so war es leider nicht. Denn ich habe jeden Fehler gemacht, den man an der Börse machen konnte. Ich habe jedes Instrument gehandelt, was man an der Börse handeln kann, bis ich es letztendlich geschafft habe, meinen persönlichen Erfolgsweg an der Börse zu finden. Mittlerweile habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Denn die Faszination Börse ist es, die mich nach wie vor seit über 20 Jahren antreibt, jeden Tag an den Märkten zu sein, mich jeden Tag mit den Märkten zu beschäftigen. Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam diese faszinierende Börsenwelt zu entdecken. Und du wirst die Börse hinterher in einem ganz anderen Licht sehen. Ich kann dir versprechen, das wird nicht zu deinem Nachteil sein. Begleite mich auf dieser Reise ab sofort hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, wenn du dabei bist.